moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja heute die wartet kurz heute die neunte folge wenn ich mich nicht irre von ellis ellerbach und ja letzten sind wir da stehen geblieben das feld zu ernten aber das hat dann nicht mehr funktioniert deswegen machen wir es heute fangen wir mal an also ich frage dass da oben ist das ist jetzt wahrscheinlich schon durchschimmer da ist eine kies äh eine wiese die also ich geändert habe und da kommt das n u hin so ich brauche echt alles was ich bekommen habe mit der Lautstärke verpasst Schauen wir mal. Ich brauche so bald wie möglich einen größeren Baschern. Baschern verdorben. Waschern verdorben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 oder einen Kommentar, genau, würde er mich freuen und ja, ich würde sobald wie möglich ein Fendt haben, halt einen mittelgroßen Traktor mit einem Fendt, statt dem es ist richtig, dass es alles heilige, dass es sich... und das ist der Name der Tab und los geht's Und die G-K-K-A-Signal ist auch so, dass die G-K-A-Signal ist. So. Ich hoffe ich, weil ich war kurz in der Gemeinde, also bei der Aufnahme habe ich noch ein paar Geräte bei der Gemeinde reingestellt. Ich hoffe, der Feuerwehrtruck ist wieder drin in der Garage, aber egal. Ich habe noch einen kleinen Kredit von 50.000 Euro gekauft. Ich habe noch einen kleinen Kredit von 50.000 Euro gekauft. Ich brauche noch mehr. Ich habe noch einen kleinen Kredit von 50.000 Euro geholt. Den würde ich jetzt gleich wieder zurückzahlen, wenn es geht. Ich weiß ja jetzt nichts auswendig. Ich bin dreht und es geht. Ich bin dreht. Ja. Das war's für Marginal-Mann, das ist der Primärleutgang. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 6.000 muss die Reife essen das heißt einfach das ja ok und dann dann ist Erinnert euch sicher, wartet, wo würde ich sagen, da ist eigentlich die Feuermär, aber mir ist das Gelände zu klaren, um da irgendwas hinzustellen, deswegen habe ich ja früher, also früher, vorher da, bei dem Hof da, die ganzen Gemeindesachen und so, Feuerwehr und alles gehabt. Aber jetzt habe ich, ähm, habe ich mir gedacht, ja, wir brauchen einen kleineren Hof für die ganzen Sachen, weil der ist einfach zu groß und deswegen halt, in der nächsten Folge zeige ich euch das auch, deswegen habe ich die Gemeinde umgesiedelt. Mann, ich hasse es. Achso, da vorne. L.S. Tirol wird einmal die Woche kommen, weil das halt richtig viel Aufwand ist und weil ich Ende, L.S. L.A. Bachen gültig, äh, jeden Tag macht, deswegen wird L.S. Tirol nur jeden Monat kommen. So, dann zurückzahlen, dann haben wir auch keine Schuld mehr. Dann haben wir es auch. Jetzt schauen wir ganz schnell, wie lange die Folge schon ist, 15 Minuten, dann machen wir jetzt. Aber Leute, wie wir die Sachen zurückbringen und so weiter, seht ihr in der nächsten Folge, bis dann, bleibt ciao, ciao, ciao.